Liebe Freunde der Wahrhaftigkeit, Ihr seht hier aus dem Themenstadtplan der Stadt Dresden und rot eingerahmt den Dresdner Altmarkt. Es gibt hier die Funktion Flächen und Strecken zu messen. Ich habe also vermessen, wie groß der Dresdner Altmarkt laut Themenstadtplan ist und ich komme hier, so wie ich es eingezeichnet habe, auf 16.280,078 Quadratmeter. Wenn also gestern in Berlin nur 17.000 bis 20.000 Demo-Teilnehmer auf der Straße des 17. Junis gewesen sein sollten, dann entspräche das ungefähr dem Dresdner Altmarkt und auf jedem Quadratmeter steht genau ein Mensch. Könnt ihr das nachvollziehen? Wenn du in Dresden auf dem Altmarkt auf jedem Quadratmeter einen Menschen hinstellst, dann kommst du auf die Zahl, die in den Medien verbreitet wird, nämlich knapp 17.000 bis 20.000 gehen sie auch hoch, dann steht man eben ein bisschen enger. Aber die Leute, die gestern in Berlin auf der Demo waren, gehen locker auf den Dresdner Altmarkt. Und das kriegen wir hoch und runter in allen Medien berichtet. Das glaubt ihr doch wohl selber nicht, oder? Ja, 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 ja. Vielen Dank.